Fröhliche und ausgelassene Stimmung im Haus der Stadtmission. Zwei Tage lang haben hier über 50 Mitarbeitende der Diakonie geprobt. Dem Neujahresgottesdienst zum Auftakt des 150-jährigen Bestehens der Diakonie Leipzig gibt jetzt ein Gospelchor eine eigene, schwungvolle Note. Zwei Tage lang haben hier über 50 Mitarbeitende der Diakonie geprobt. Zwei Tage lang haben hier über 50 Mitarbeitende der Diakonie geprobt. Zwei Tage lang haben hier über 50 Mitarbeitende der Diakonie geprobt. Zeit zum Feiern. Mit diesem tollen Lied sollen Sie ganz herzlich begrüßt sein zu unserem besonderen Gottesdienst heute. Wir feiern ihn am Beginn des Jahres, in dem unser Werk 150 Jahre alt hört. Ich freue mich sehr, dass der Gospelchor aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Freunden unseres Werkes intensiv geübt hat. Diese Auftrag der inneren Vision, der Kraft des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, ist so dringend wie eh und jene. Suche Frieden und klage ihm nach. Spend some time with God, let love you, let yourself be loved for who you are. Spend some time with God, let love you, let yourself be loved for who you are. Spend some time with God, let yourself be loved for who you are. Untertitelung des ZDF, 2020